Ähm... Das ist ein echt geiler Bogen. Ich würde den Pass schon behalten wollen. Aber der wird zerlegt. So. Wieso geht denn das nicht? 4... Nee, das war's nicht. Okay... Das ist die... Okay... Dann jetzt... Der hat's aber jetzt... Das nervt doch. Das nervt doch. Jaaa... Stockkämpfer... Ja, da sollte ich mich nicht mehr an. Inventar ist voll. Gut, jetzt renne ich theoretisch raus. Immer noch nicht. Ich will einfach nur hier verhält. Nein, das war ein unglücklicher Zufall. Was hast du da unten rausgefunden? Die Stollen sind offenbar in das Revier eines Schakalstammes getrieben worden. Aber es wird keine Probleme mehr mit ihnen geben. Ich frage lieber nicht weiter. Denk immer an unsere Vereinbarung. Ja, ich mach alles, was ihr wollt. Was ein Fassen, ey. Werner hat nicht online geflossen, theoretisch müsste ich den jetzt einen ganzen Kürzer machen. Na, klasse. Cool. An den Mienarbeitern kann man ja an die Kristalle kommen. Sehr interessant. Mann, ich will hier auch post. Na endlich. Hier ist der Ausgang. So cool. Das könnte ich voll auch nehmen. Gefahren waren. So. Angebot und Nachfrage. Ja. Machen wir das noch fix zu Ende. Ich hoffe immer, dass die irgendwelche Händler unternehmen. Kann ich rasten? Nein. Okay. Wir haben erfreuliche Nachrichten von Jessit. Hier ist deine Belohnung. Das soll alles sein? Zum jetzigen Zeitpunkt ja. Wir mussten die Population zum Teil komplett neu aufbauen. Das kostet Zeit. Wenn wir mehr für dich zu tun haben, finden wir dich schon. In der Zwischenzeit geärgert mit der Regierung aus dem Weg, ja? Ich kann nichts versprechen. Yeah. Okay. Das können wir jetzt erstmal lassen. Ich glaube, das war es falsch. Nee, doch nicht. Jetzt gehen wir erstmal Sachen verkaufen. Und mal kurz auf die Ohrschau. Uh, das ist immer gleich spät. Und jetzt... Oh, wo sind die denn bitte alle? Es ist Nacht. Natürlich sind die da nicht da, aber... Nacht ist nervt. Mensch, Bajan. Klar, Bajan. Hier gibt's ja noch diese... ominösen Händler. Auf die kann man sich immer verlassen. Gut, ich soll den Wind hier mal... Die Dinger kann man schön auseinandernehmen, da kriegt man alles mögliche raus. Nehmen wir erst mal das noch. Okay. Ein paar Äxte, Streitkörbe mit der Ängel noch. So, ein 3. Das ist schon gekauft. Ah, das kann man einfach weghauen. Und dann auch alle weg. 4. Okay. Dann geht das. Macht genau denselben Schaden. Kostet 2000. Gut, genau. Ähm, wo ist er? Ja. Hätte eigentlich schon die billigeren kaufen können. Ist ja fast schon Verschwendung. Juuu. So, zum Thema. Das ist ja noch zählt. Wo ist er? Und jetzt endlich zum Drachenzahn. Die Spur der Drache. Geradeaus. Wie komme ich da nun nach? Ja, von so zu kurz. Dann gehe ich also von da unten hin. Wenn es immer schön geht. Osten, 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 osten ist da. Und dann, Moment. Okay, noch ein bisschen weiter geradeaus. Hier dürfte es. Äh, bin schon in die Sackgasse gelaufen. So, super schön. Moment mal. Seht ihr da wo so? Ne, das ist nur so aus. Sieht nur so aus. Jetzt sind ja noch mal Fischer dort. Das nervt. Hygiene am Arsch. Ich bin der Hygiene-Killer. Okay. Wenn das jetzt so ein großes Fies ist, dreh ich durch. Ah, da sind es doch. Großen Fischer. Wunserfrau. Das Hammer. Vielleicht nur noch der Rest. Alter. Das wird gar nicht mehr heiß. Aber ich kann... Alter. Was ist hier los? Das ist ja irgendwo... Wo... Ausgang sein. Wunder. Taylor. Interessant. Wirklich. Sehr, sehr krasse Fischer. Entweder sind wir gegen Betäubung immun. Wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank.